Ich, Dinosaurier, nicht von Spielberg sitze, nachdenkend über die Möglichkeit, eine Tragödie zu schreiben, heilige Einfalt, im Hotel in Berlin, unwirkliche Hauptstadt. Der Haus der alten Bilder, die Müdigkeit, im Rücken das unendliche Gemommel des Fernsehprogramms. Bei uns sitzt sie in der ersten Reihe, die Schwierigkeit, den Vers zu behaupten gegen das Stakkato, der Werbe, das die Mäure zu fischieren. In der Ewigkeit des Augenblicks, im Elend der Information, bett, kämpft für sie, wird erzählt um Prostitution, bett, kämpft, geht die Tragödie den Geist auf. Das letzte Programm ist die Erfindung des Schweines. Dunkel ist der Weltraum, Genossen. Sehr dunkel. Das letzte Programm ist die Erwartung des Schweines. Vielen Dank.